Ein wunderschönes Servus und Hallo, wir sind wieder in Wiener Haltoskeller beim lieben Helmut, denn es gibt auch eine vegetarische Vorspeise. Helmut, erzähl uns mal was, haben wir denn? Ja gerne, wir haben einen Fenchel Carpaccio mit Granatepfeln und einen Nuss Zitronebremulator und Sesamchips. Die Firma Haller liefert uns Obst und Gemüse und auch sehr gute Qualität. Ja und Kaiserin Sissi war sehr ernährungsbewusst und der Fenchel ist sehr kalorienarm, aber doch hat einen schönen Geschmack. Die Granatepfeln haben schön Vitamin C. Ja, das ist eine sehr ausgewogene Geschichte. Das klingt gut, denn die Kaiserin hat ja auch ganz viele Reisen begangen und da war die Heist des Öfteren auf ihrem Plan. Richtig. Na dann probiere ich jetzt mal, bin ich mal so frech, gell? Und probiere mal diesen Fenchel, wie auch immer ich dann auf die Garten bekomme. Wenn man Gemüse richtig gut macht, dann ist es wirklich ein Leckerfissen und schmeckt gar nicht so gesund. Die Zitrone ist der Hammer. Das unterstützt den Fenchel ein bisschen. Und dann auch mit den Granatepfeln gibt es diese natürliche Säure. Also ich bin ja eigentlich sehr ein Fleischtiger, aber ich glaube, ich würde diesmal ein bisschen vorsprecher. Ja, also gut, dass ich eine ganze Portion von mir habe. Boah, das ist richtig, also wirklich lecker. Ja, gerne. Ja, gerne.